Lang... Langsten... Fluss? Whatever? Kern geordnet. Er würde zuletzt auf halber Uferhöhe im Schatten der Prosper-Klippe gesichtet. Das ist der Langsten-River. Er war immer wieder bis zum Wild. Ich denke, es war dann schlecht. Es ist abgeschmiert. Nur weil ich rumgeklickt habe. Ein Moment. Jo, willkommen zurück zu meinem Let's Play-Gedöns. Jo, es ist gerade abgeschmiert, wie man vielleicht gemerkt hat. Ich hoffe, es hat alles vorhin abgespeichert. Sieht gut aus. Ab in den Skyway und jetzt längst den Fluss. Und ein Auto. Yay. Ein Vogel. Einfach ein Vogel. Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts. Schade eigentlich. Ah! Habe ich gar nicht gesehen. Diese ollen Dinger hier. Ich glaube, ich kaufe mir gleich irgendwas, um meine Machete aufzubessern. Ich glaube, es zieht so viel ab, ne? Okay, hier gibt es nichts. Gibt es hier was? Ne. Na gut. Oh. Ich würde kurz sagen, irgendwas macht hier... Krach. Wuh! Hallo! Das wollte ich gar nicht. Ich habe die Steuerung gerade nicht unter Kontrolle. Schon tot! Ich muss das jetzt irgendwie hier mitmachen, weil ich sonst auf den Schalter komme. Okay. Mal den schon mal bei... Mal den noch nicht kaputt machen. Doch, können wir. Sehr schön. Boah, das zieht echt viele Sachen ran. Also... Nie schlecht. Wir müssen wieder irgendwo drauf. Wir müssen wieder irgendwo drauf. Maybe she can slip right past all the clammer on the coast. Or maybe not. Security skiff pulls up portside. Nelly's just another windbag to those guns. Seht zwar nicht wo ich hin schieße, aber okay. Okay Oh, ich hab das mit dem Erholen noch nicht so ganz traurig. Das ist noch so ein Vogel. Oh, fast runtergefallen. Okay. Dann. Das ist schön. Auf jeden Fall geht's hier sehr ab. Schau mal. Ein Schwarztonikum. Ach. Ach. Ich verwechsel das Blocken immer. Okay, welchen Weg gehen wir jetzt? Den hier. Ein Waffenlager, okay. Was will ich denn hier? Ich hab doch gar nichts. Ich brauch doch gar nichts ein Waffenlager. Gehen wir mal weiter. Alles schön beseitigen. Was ist denn hier schon der Kern? Sind die böse? Sieht so aus, ja, aber... Wir können hier nochmal zurück, vielleicht passiert ja jetzt hier irgendwas. Nee. Die Geräusche. Ach, die singen gegen alles und jeden. Oh, die sind die Bellen. Nichts. Entschuldigung. Oh, mögen die mich? Die lieben die. Dann schalten wir mal um. Wenn ihr mich lieb habt, dann hab ich euch auch lieb. Wenn das hier so easy bleibt, dann ist es ja easy. Wenn das hier so easy bleibt, dann ist es ja easy. Logisch. Ich hab gekontert übrigens, falls man das grad gesehen hat. Jedenfalls stand da, dass ich gekontert hab. Das ist meine Feuerkutze. Das ist meine Feuerkutze. Wow! Das ist beschleunigt voll. Ähm, hallo? Was passiert denn da? Ich hab gekontert. Ich hab gekontert. Ich hab gekontert. Wuh! Ne, ne, ne! Ich will erstmal einsammeln. Öffnung. Nein danke, jetzt noch nicht. Okay, das kann man kaputt machen. Egal, komm. Ein paar Fläschchen. Gehen wir erstmal hier lang. Wuh! Das ist sehr schön. Gut, dann gehen wir hier in die Öffnung. Ausbeutklippe. Auf jeden Fall. Sehr interessant hier aus. Sehr interessant hier aus. Okay, hier haben wir ein Tor. Können wir aber nicht langen. Also müssen wir hier langen. Okay, hier gibt's wieder. Ein Schalter. Aber ich geh hier erstmal durch. Wenn das geht. Ne, geht nicht. Jetzt ist das Tor offen oder was? Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich dachte, das wär einfach nur so Schümchen gedöhnt. Ups. Okay, hier haben wir jetzt noch ein Tor. Und drei Abgänge. Nehmen wir erstmal hier den hier. Okay, Gleise. Gleise. Bin ich mal gespannt, was jetzt gleich kommt. Wir sind auf jeden Fall nicht so Dinger, wo man... Ja. Luftbrücke? Was ist denn Luftbrücke? Ah, okay. Ich würde jetzt gerne gucken, ob sich hier noch irgendwas verändert hat. Wenn wir da ja gerade einen Schalter umgelegt haben. Das wäre so ein tolles Auto draußen. Ne. Schade. Du hast hier noch einen tenen an. Ji. E Meltzer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017